Hallo, hier seht ihr Videos zum Aikido-Training in unserem Dojo. Ich bin Doris Kjuntke und ich leite dieses Dojo in Würzburg. Wir haben fast täglich Trainingsangebot für Erwachsene und ein paar Termine für Kinder ab 7 Jahren gibt es auch. Im März 2020 mussten wir das erste Mal wegen Corona schließen und seitdem gibt es diesen Kanal. Wenn ihr unsere Videos gut findet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, weil damit könnt ihr uns dann ja auch unterstützen. Mit den meisten Videos kann man gut alleine üben, auch wenn man noch Anfänger ist, weil ich erkläre da viel und gerade auch zu den Grundlagen, die man bei den Bewegungen beachten muss. Und es kommen auch noch mehr Videos mit Partnerübungen dazu. Beim zweiten Lockdown ist jetzt bei uns auch wieder zu, aber sobald es erlaubt ist, geht es wieder los mit Hygieneplan und viel Lüften und am Anfang wahrscheinlich noch mit reduzierten Teilnehmerzahlen. Und für Stock- und Schwertraining kann man dann auch gut ins Freie gehen. Manchmal machen wir das auch, wenn das Wetter gut genug dazu ist. Wir meditieren vor den meisten Trainings. Wer Zeit und Interesse hat, kann da gern teilnehmen. Wenn die Corona-Situation es zulässt, dann laden wir auch wieder externe Lehrer zu Wochenenden ein. Das ist intensiver und es kommen auch Teilnehmer aus anderen Dojos zu uns. Aber auch beim normalen Training kann man gut ins Schwitzen kommen und fit werden und bleiben, also auch wenn man es regelmäßig macht natürlich. Und für die Kinder gibt es auch viel Bewegung. Das ist die Mattenfläche. Die ist 100 Quadratmeter groß. Wenn ihr noch Interesse habt, wie es hier im Dojo sonst so aussieht, gibt es ein Video-Room-Tour, wird gleich der Link angezeigt. Und wenn ihr Interesse habt, Aikido selbst vielleicht sogar mal auszuprobieren, da gibt es dann Schnuppertrainings und Einführungskurse. Die aktuellen Daten sind immer auf der Homepage und auf der Facebook-Seite zu finden. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal hier sehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal hier sehen.